mhm Lauf, dicker So, wo bist du? Ich bin hier hinten Okay Ich bin tot Okay Aber die sind eigentlich Die können wir noch nicht beenden, also Was ist los mit diesem Game, dicker Jawoll Hä, wo ist der hin? Ja, dicker, Vicky Warte, ich hör kurz, wenn der Stream bleibt Ja Du musst halt auch was sagen Hardcore leise bin ich jetzt nicht, ich bin auf jeden Fall leiser als du Okay Okay Okay, ich hab's geändert Okay Soll es dich, hast kein Respekt vor mir Auch weh Oh, ich hab schon ein paar Sterne langsam, Shizui Warte, was hast du gesagt? Ich hab irgendein Scheiß gelaufen Ach, ach ne, dicker Du Und Janus, dicker, seit dem letzten Game, gell, ich hasse Janus wie die Pest, alter Welchem letzten Game? Wo wir den ganze Zeit gechased und die es bekommen haben Achso Der Bastard Das Schlimmste ist, wenn die Janus Spieler wirklich ihre Ultis auch konsequent treffen, alter Ja, ja Dann ist echt, dann macht's keinen Spaß mehr Wie die Rolltee einsetzen können, dicker Das kotzt mich an Ich hab sogar auf einem 3 Sterne Shizui Man mag's nicht glaub' Ich mach Pautetext, geh rüber, oder? Ja, ja Geh doch rüber, dicker Das ist ok Dick, aber das ist nicht perfekt, wo? So Ich wünsch ihn ein angenehmer Aufenthalt auf der Solo-Lane Wünsch ihn auch Wie die Arachen ist noch nicht in der Midlane gewesen Oh, da ist sie Du hast es gesagt, dicker Hehehe Du hast es gesagt, dicker Hehehe Du hast es gewundert Okay, Bro Ach, ne, ist wirklich AIDS für mich, Digga Bumm Bumm Spinnenfressen Jede Axt Bumm 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 Diese Merlin hat reingeschissen Die wäre eigentlich tot gewesen Ach, scheiße Ah, die sind Pre-Made-Dual-Lane Ist das... Baka-Support? Das nennt ihr Baka-ADC Also Support Unlucky, ich gebe dir mit Scheiße Ach, schade Der macht ja damage, Digga Deine Ach, schade monstruelle An pick Die 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 Das ist für mich. Any other information? Try this offside. Enemy! Missing metal! Be careful, right! Die Arachne war im linken Jungle, deswegen auch was wehen. Ah ok, sie ist wieder in der Mitte. Die Tür blinkt auf. Die Tür blinkt auf! Die Tür blinkt auf! Ult ihn! Okay! Halt! Der hat gehütet. Ich kann mir gut vorstellen, dass Arachne gleich kommt. Ich scheiße auf die Wave, ich geh. Nein, nein, scheiß nicht auf die Wave, scheiß nicht auf die Wave. Halt die Wave, ich mach Blut. Da kommt ein, was das Schauspiel ist. Der hat gebeten hat. Bei Venut habe ich eine nach unten in der Nähe des Aufschrauben. Der hat die Stardust commandiert. Das war's für heute. Jetzt kommt er die mit dir, Pluto. Er kämpft nicht mehr. Oh. 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 Please. Your middle tower's under attack. Don't give it a no- . . . . . Okay, ich bin wieder da. Okay. Nice. Und sucht das Animal Crossing. Okay. 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 Jetzt Standard Solo-Lane-Scheiße Proxy hier, Proxy da Chill doch, Digga, was macht der Spaß dir? Oh. Thio kommt nach links, Bruder. Dangerous! Oh, so dangerous! Nice! Und jetzt hauer! Bam! BAM! Thio kommt zu dir! Ich werde vom Tower sterben, viel Spaß! Tschüss Bruder! Super! Wie sagt man in Deutschland? Wef! Wef! Geistes Thio ist hier wieder. Digga, sowas von Werf! Okay, ich habe gehört, ISIS machst du so, dass du sie einfach nur auf den Boden wirst und dann direkt explodieren lässt. Wer hat gerade surrendered, Digga? ISIS, wer denn sonst? Behinderst? ISIS-Support mit Animosity? Äh, keine Ahnung. Nein, nein, die geht... Oh, Digga. Keine Ahnung, was die als zweites drauf ist, Alter. Ich hasse Arachne! Ich hasse sie gegen mich. Ne, das war echt dumm. Oh, Digga! Oh, Digga! Erlaubt doch einfach! Warum dreht der sich um? Oh, nein! Also, ich habe die gemutet, deswegen lese ich gar nicht, was sie schreit. Die sagt, Jungle Diff ist big. Dein Arschloch ist großartig. Hälfte dich, Digga. Ach, ich nehme den komplett auseinander. Ja, Mann. Ja, Arachne, Alter. Ach, shit, du lachst den Willen. Run for me! Your right tower has been destroyed. Oh, no! What I have said is... Ja, komm her. Mhm. Okay, passt. Ich hatte gerade die Befürchtung, dass die auf mich geht. Nein. Ah, sie kommt zu dir. Was geht, Bruder? Ich sehe die. Okay, die ist hier. Könnte sie sein. Ja. Hahaha. Hahaha Ja 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 Holy fuck was passiert Wir brauchen langsamen Rotation Stigger Ja Schade Try this on for size Ehm Was Die haben gerade den Blue gedroppt Ne Nicht? Okay der ist noch da Nice Aber Herr Bracken ist wieder hier Ja ich nehm kurz den Tower Ja ja fast Darren ist hinter uns Ja Lauf, lauf, lauf Schön, alles gut Ich hab Shell und Healing, wenn du auf die drauf gehen willst Ihre Spinnen nervt mich nur Haha ich schwörs dir Oh der Merlin ist außer, den sollten wir helfen Ja Oh schade, 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 schade Ich hab euch geschaut Wir können noch weiter machen Die können wir schon kämpfen eigentlich Ja Hinter dir, hinter dir, hinter dir Ohohohoho Mh Dicke, mh Ah nein Okay Ja, ja, geht drauf Er tut Schirr doch einfach, Dicke Dieser Mixer Ja, wir kriegen den nicht mehr, gell Schnapp doch dir, Achne Ja Ist so Ja Jawohl Willkommen Leon Was das heute trainiert Arsch Arsch Ich hab's Solo-Lean-Tower zuerst bekommen, also hab ich gewonnen Natürlich Dicke, diese Tür, ne Dicke, diese Tür, ne Bro 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 Dankeschön Er wolle lauf, Dicke Nice Dabei Die Goldfury Die Goldfury, oder Dicke, diese Tür Find meinen Weg Find meinen Weg Find meinen Weg Sie werden das nicht behalten können Ja Äh 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 Ich komm, ich komm, ich komm Ja, ja, der Goldfury Geh auf Gold, geh wieder auf Gold Scheiß auf den, Scheiß Wenn der kommt, kann ich ihn killen Sein Aegis ist da Stabil Beat Sianus Mhm Ex auch Okay Nice 95 Kilo Bank drücken, Dicke, ich war bei 60 Kilo und danach war Ende bei mir, Alter New Evolution, willkommen, Dicke, aber es fügt bei dir Heiß aus Ich weiß nicht, Dicke, ich konnte es mir diesmal erlauben, weißt du, ich hatte die Zeit, nachdem ich ihn gekillt habe Hehehe Hehehe Hab mir Pestilenz, brauchen wir Pestilenz Definitiv brauchen wir Anti-Heal Hehehe 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 Ah, okay, kurze LX-Bikes Hehehe Okay, warum committen? Ja, ich weiß nicht, warum die dann ermitteln. Keine Ahnung, Alter. Es ergibt keinen Sinn. Oh ja. Ach, ne Ulti. Der Merlin regt sich darüber auf, dass Leute auf ihn blinken. Ja, dann spiel das Spiel nicht. Ich werde eine rechte Lange attacken. Wir rechten zurück. Die Feuer-Giante. Niemand hat diese Blutlast in uns verholt. Die Arachne verpist dich, lieber. Wo ist sie? Die will zum Red Buff, ne? Ja, bestimmt. Komm. Die ist bei Midcamps. Okay. Ich dropp kurz zu Red. Ich wurde mal her. Oh, helf dir mal. Ja, ich bin auf dem Weg. Gut, du musst dir helfen, Alter. Okay. Nevermind. Egal, dann geh mal drauf. Janus wird nicht drauf. Auf den Cabraken. Oder auf den Janus. Egal. Der hat keine Beats. Ah, wo willst du hin, Bro? Du Hund, Alter. Digga, wollte der vor meine Augen weggehen. Was fällt dir ein, ey? Red in die Hölle, Alter. Ja. Der wurde drei Jahre gestand, alles. Digga, meine Exs, die sind einfach on point, Alter. Was, was würd ich sagen, ey? Was würd ich sagen? Was würd ich sagen? Was würd ich sagen? Digga, noch mehr Secure kann man gar nicht haben. Merlin und Eis. Okay, Merlin hat an sich gar keinen Secure, Digga. Außer seine eigenen Zutaten. Ja, ich mein nur, aber vom Damage her jetzt. Ja. Aha, ich brauch noch ein bisschen, Digga. Ja. Wär ich lieber zu mir gekommen, Digga. Warte, warte. Tier ist geblinkt. Komme, ich komme. Oh, Janus ulti, Digga. Ja. So, hä? Chasen die dich, oder was? Ich weiß nicht, Digga. Janus kommt auf jeden Fall. Ja, guck mal, Janus ist hier. Digga, ich will halt nicht gegen diesen Tier grad. Ja. Ich nerve ihn nur. Ja. Und der ist fast tot. Digga, der ist einfach on point. Ich bin da, ich hab's. Alles gut. Ich back, Bruder. Ich hab keinen Bock auf den Arachne-Gang. Ja. Da ist die Schall. Hast du einen Chill, hast du einen Chill? Ja, hab ich, hab ich einen Chill. Aber hatte ich gedacht, leider. Ah, Digga. Schwuss. Schwuss. Willkommen. Komm schon, Baka. Ich baite dich. Nice. Oh, Digga. Auch nichts. Ich werde dich missen, Bruder. Ich werde dich missen, Bruder. Digga. Dieser Assisti. Oh, Mann, Alter. Wir haben halt ne ISIS als Support, ne? Full Life auch. Egal, Hauptsache, ich werde sie verteidigen. Digga, spielen wir wieder Rache im Jungle? Was ist los mit dir? Nee, Mann. Die ist mir zu stumpf. Und ein Barker-ID. Ja gut, der Barker macht seinen Job. Das passt schon. Barker macht mehr Dammit als ich. Jetzt stirbt sie. Und dann erst mal Surrendern. Ich werde erst am Ende vom Game was schreiben. Ich möchte gerade seine ganzen Nachfahren beleidigen, aber ich halte mich in Grenzen, Digga. Ja. Was hat denn der geholt, Digga? Visikel 168. Eigentlich müsste ich sogar in Titan Spain gehen oder in Executioner. Wir brauchen viel mehr Worte. Wir brauchen viel mehr Worte. Warum blinken die auf mich? Weil ich Autoposition bin vielleicht. Hä, wie kommt's, dass der da gestorben ist? Das macht gar keinen Sinn. Digga. Machpas tas. Leнали. Los. Wawaden. Los. 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 Digga, die sind so low! Verdammt, Digga! Die sind so low! Jawoll! Nein! Nein! Komm schon, Meredith! Mach was für dein Geld! Sterben! Digga! Der hat dich gefickt! Digga, das hat gerade so gepasst! Oh mein Gott! Das hat gerade so gepasst, Digga! Krank! Ob du verhindert mich! Oh, Hilde! Digga, der hat den in die Steinzeit zurückgepickt! Versuch's nochmal, Schemi, dann schaffst du's! Welche Uhrzeit, Schemi? 15 Uhr, 16 Uhr? Drei Viertel acht! Hä, 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 Hä! Diese Eis ist der Geist! Ihr Spielstil ist einfach so Anti-Team, Alter! Das ist einfach so komplette Anti-Team-Spielstilis! Wenn du solche siehst, weißt du, du kannst das Game eigentlich kaum noch gewinnen! Ja! Wir hätten eigentlich schon nach Minute 10 aufgeben müssen! Locker, Digga! Oh, Hilde! Ah, verpiss dich, Cabracken! Ich hab keinen Bock auf dich! Es blinkten Leute auf mich! Okay! Die haben nicht mal den Tower, Digga! Was machen die? Ich hab keine Ahnung, was du machst! Geil, Janus-Ulti! Jan, 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 Jan! Jan, 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 Jan! Jan, 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 Jan Digga! Sie haben gebeats-ulted. Alter. No, wir hätten die einfach killen können. Ah, die ist gestoppt. Egal. Gibt's Lust? Lachen, weil dieses Game einfach lustig ist. Gut, gut. Und selbst? Ich sehe eine Wards. Oh, Bruder, Laub. Jaja. Da haben die natürlich erst mal gesendet, Digga. Da kann ich gleich nochmal Wards kaufen. Merlin, Bruder. Ich tue mal dem Damage machen, dass er nicht blinken kann. Da ist ja eine Arachne links. Lauf, Digga. Oh. 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 So, wo bist du? Ich bin hier hinten. Okay. Ich bin tot. Okay. Oh. Die sind da. Die können wir noch nicht beenden. Also. Was ist los mit diesem Game, Digga? Jawoll. Hä, wo ist da hin? Ding. Ja, jetzt. Ich habe den. Ja. Ja, Digga. Pick die. Stig Scheiße. Bude. Ja. Digga. Du kannst jetzt auf jeden Fall taunen. Ich habe das Gefühl Rachne kommt gleich, ja, ich kann es riechen, er schiebt jetzt einen Pyromancer. Ich bin gleich zurück. Ja! Geh das, Jungle Buff! Ich komme für dich! Hast du deinen Shell schon abgegradet? Ja. Okay, also sobald der Rachen auf einen von uns geht, setz sofort deinen Shell ein. Ja, ja. Perfekt. Der ist leider jetzt down. Okay. Merlin, Digga, der Bruder ist Mr. Out of Position einfach, sein neuer Name, Alter. Alter, Merlin. Why aren't we all by fire? Weil ich die Scheiße down in Out of Position, bis du stirbst. Bewegt er sich, Digga! Da, die Shell ist ready aber. Wir müssen die Phoenix aufgeben, glaube ich. Okay! Hauptsache, nicht alle sterben. Digga, nicht mal Shell, Digga! Merlin, du bist Mr. Out-of-Position. 24x7, nigga. Fuck up, man. Fickt euch von Herzen, fickt euch. Fickt euch. Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.